Was ist die politische Mehrheit, fair und nachhaltig einzukaufen? Bei uns in Friedrichshain-Kreuzberg gibt es die politische Mehrheit, fair und nachhaltig einzukaufen. Und das nicht nur bei uns hier im Bezirksamt, sondern auch in der Bezirksverordnetenversammlung. Es ist auch auf einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung zurückzuführen, dass wir Fair Trade Townen. Werden sollten, das sind wir dieses Jahr geworden. Darüber freuen wir uns sehr. Wenn man an das Thema nachhaltige, faire Beschaffung mit dem Thema anfängt und beginnt, dann wird man im Land Berlin feststellen, es gibt Gesetze wie das Vergabegesetz, in denen bestimmte Kriterien auch zum Thema Fair und Nachhaltigkeit festgelegt sind. Beispielsweise die ILO-Kernarbeitsnorm. Und wenn man jetzt also in die Tiefe steigt und darüber hinausgehen möchte, über diese Kriterien, um die faire und nachhaltige Beschaffung auch wirklich nachweisen zu können, dann ist das aus meiner Sicht nur möglich, wenn man sich einzelne Produkte vornimmt. Weil jedes Produkt ist einfach anders und hat andere Zertifikate, Nachweise, die man vorzulegen hat. Man kann also nicht Lebensmittel mit Natursteinen vergleichen. Wie sind wir also zu Natursteinen gekommen? Das hatte mehrere Gründe. Die Natursteine sind insofern bei uns auf die Agenda gekommen, da sie zum einen relativ großes Volumen ausmachen im siebenstelligen Bereich. Das andere ist, dass es, glaube ich, nach außen zu vermitteln, auch an die Bürgerinnen und Bürger, einfach ist, über das Thema Natursteine zu sprechen. Jeder von uns läuft jeden Tag durch den Bezirk über Steine. Keiner möchte über Steine laufen, die in unfairen Produktionsbedingungen produziert worden sind. Und auf der anderen Seite ist es einfach auch ein Bereich bei uns im Bezirk, dass der Tiefbaubereich, das Straßen- und Grünflächenamt, die dem Thema faire Beschaffung sehr aufgeschlossen gegenüber standen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man die Menschen außen und die Menschen in der Verwaltung mitnimmt. Relevante Schlüsselakteure sind natürlich immer zum einen die Fachämter selber, also beim Thema Fußball das Sportamt oder beim Thema Natursteine der Tiefbaubereich. Darüber hinaus haben wir eine Submissionsstelle, also die sich zentral um die Vergaben kümmert. Die sind natürlich auch wichtige Akteure und Ansprechpartner. Ich habe das versucht ja schon deutlich zu machen, es geht auch nur mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam. Wir haben ja eine Koordinatorin für die bezirkliche Entwicklungspolitik und die organisiert sowohl Veranstaltungen für die Friedrichshain-Kreuzbergerin zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Arbeitsbedingungen in der Textilbranche oder wo auch immer. Wir haben Kinoveranstaltungen gemacht, also da sind alle herzlich eingeladen. Natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung, aber auch die Bürgerinnen und Bürger. Wir machen aber auch intern hinein Schulungen und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch so eine Fortbildung anzubieten, weil die erste Frage ist ja immer, und das ist jetzt nicht nur in der Verwaltung so, sondern das ist auch bei den Menschen so, mit denen man hier im Bezirk drüber redet, hat es denn wirklich einen Einfluss? Verändert man denn wirklich was damit? Und das deutlich zu machen, ja, es macht einen Unterschied, ob ich mir unabhängige Zertifikate vorlegen lasse. Und ja, da gibt es Kontrollmechanismen und es ist nicht alles Show und es ist nicht Fake, sondern es wird von unabhängigen Menschen kontrolliert. Und ich habe auch eine Marktmacht mit dem Beschaffungsvolumen, über das wir sprechen und ich verändere was. Und wenn das den Menschen bewusst ist, auch der Verwaltung bewusst ist, dann hat man die an ihrer Seite und dann sind die da sehr aktiv dabei und habe das ja aus dem Bereich Tiefbau gesagt. Die haben das mit vorangebracht und die haben das mit unterstützt und stehen da komplett dahinter. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben auch die Menschen hier in der Verwaltung mitnimmt und ihnen auch deutlich macht, was das für Konsequenzen oder für Auswirkungen hat. Und das ist, was verändert. Was ist ein spannender Punkt? Aber was vielleicht ein spannender Punkt ist, das hat hier im Bezirk seinen Anfang genommen, ist mittlerweile eine berlinweite Kampagne, das ist das Thema faire Fußbälle. Und da haben wir organisiert, also mit dem Promotor hier im Land Berlin, der das sehr tatkräftig nach vorne bringt, das Thema faire Fußbälle, mehrere Workshops für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer, für Sportvereine. Wir hatten den berlinweiten Kickoff, ein Fußballspiel hier und da wurde mit fairen Fußbällen gekickt und der Sportstaatssekretär war der Schiedsrichter und es ist uns auf die Weise gelungen, dass ein Verein hier aus Friedrichshain-Kreuzberg den Anfang gemacht hat und jetzt nur noch mit fairen Fußbällen kickt. Und andere Vereine sowohl in Friedrichshain-Kreuzberg als auch über unseren Bezirk hinaus diesem Beispiel jetzt folgen und faire Fußbälle beschaffen. Und das ist, denke ich, ein Beispiel, an dem man sieht, wie erfolgreich es ist, wenn man sich einzelne Produkte vornimmt. Und da war natürlich das Jahr mit einer Fußball-WM auch, denke ich, ein ziemlich wichtiges, einfach auch deutlich zu machen, ja, beim Fußball, beim Sport, da geht es um Fair Play und wir wollen Fair Play auf dem Spielfeld. Wir wollen aber auch mit dem Instrument, mit dem wir spielen, dass das fair produziert worden ist und dass da nicht Menschen für ausgebeutet werden. Sehr intensive Debatten, zumindest im Abgeordnetenhaus, also dem Berliner Landtag, wurden in den letzten Jahren über die Wertgrenzen geführt, also ab welchem Wert welche Kriterien einzuhalten sind. Das ist politisch eine spannende und es ist auch nicht eine unwichtige Diskussion, aber für den Verwaltungsalltag und für die Praxis, die wir hier leben, es ist schon wichtig, diese Musterausschreibungen, Verfahren zu machen und das Wissen einfach weiterzugeben. Und da kann ich eben, wie ich vorhin schon sagte, das Essen nicht mit den Fußbällen und nicht mit den Natursteinen vergleichen oder mit Kleidung, weil es einfach in jedem Bereich andere Zertifikate gibt, andere Produktionsketten, andere Lieferketten gibt, die man kontrollieren muss. Und da ist es aus meiner Sicht hilfreich, wenn wir wirklich so weit kommen, dass wir für die Produkte jeweils Mustergeschichten machen und dass man das dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgeben kann. Bei uns hier in der Praxis der Beschaffung ist das so, dass wir eben über das Vergabegesetz hinausgehen und das gilt sowohl für die einfache Frage, uns reicht es nicht, eine Selbstauskunft zu geben bei den Natursteinen und zu sagen, das ist alles fair. Und da spielt die konkrete Wertgrenze auch im Einzelnen nicht die Rolle, wir machen das auch darunter. Also von daher politisch im Abgeordnetenhaus habe ich immer dafür gekämpft, dass die Wertgrenzen weiter unten sind und nicht erhöht werden. Die sind jetzt leider erhöht worden. Aber es kann ja jeder selber entscheiden, ob er nicht über das Vergabegesetz hinausgehen möchte. Und wir tun das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.